Ladies and Gentlemen, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei Kirmes Aktuell. Ja, jetzt geht es endlich wieder los und heute starten wir dann mal mit einem Review zu einer Attraktion, die ich bei meiner kleinen Österreich-Tour im Sommer kennenlernen durfte. Und zwar geht es hier heute um die große Geisterbahn, die sich im Wiener Prater befindet, in Wien. Ja, es handelt sich bei dieser Geisterbahn um eine Zwei-Etagen-Geisterbahn. Schaustelle ist hierbei, oder Besitzer ist Keudel, die haben ja einige andere Attraktionen wie den Insider-Rollercoaster, wie Breakdance, Freifallturm, die haben einige Attraktionen im Wiener Prater. Und ja, es handelt sich bei dieser Geisterbahn um eine recht große Geisterbahn, hat auch den Namen große Geisterbahn. Länge 215 Meter, ist jetzt erstmal finde ich eine Zahl, mit der man jetzt nicht wirklich was anfangen kann. Fläche 600 Quadratmeter und circa 30 Effekte. Das ist so, was man im Internet, sage ich mal, aus Recherchen an Zahlen, an groben Daten herausbekommt zu dieser Bahn. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Punkt Optik an. Die Geisterbahn ist im Wiener Prater recht abseits gelegen und befindet sich eigentlich so eher am äußeren Rand, an der Zufahrstraße, oder Zufahrtsstraße, irgendwie so heißt die. Aber quasi am äußeren Rand des Praters, so Richtung Hotel, Richtung Motulbon, was da glaube ich ist, das Hotel, da war ich nämlich auch in dem Hotel. Und ja, wenn man das erste Mal dann vor der Geisterbahn steht, ist die erste Reaktion, finde ich, so eine Mischung aus, boah, ist die groß und irgendwie aber trotzdem auch ganz schön schlicht gehalten. Zur Größe. Die Geisterbahn ist die größte Geisterbahn im Wiener Prater, so kann man das auch aus dem Internet rauslesen. Und dort vor Ort ist auch ein Schild, dass sie die größte und längste Europas ist. So alt wie die Geisterbahn von außen auch ausschaut, so alt schaut auch das Schild aus. Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das tatsächlich noch up to date ist, aber es steht zumindest noch da, das Schild. Und ja, ansonsten finde ich, die Bahn wirkt auf jeden Fall von außen echt groß, riesig und das trotz der nur zwei Etagen, die sie hat. Man merkt aber, finde ich, schon, was für eine Geisterbahn jetzt hier, sage ich mal, einen erwartet. Denn die Front ist nicht wie bei anderen Geisterbahnen groß mit Animatronics etc. bestückt. Es wirkt alles recht einsam und verlassen, einfach wirklich schlicht gehalten halt auch, aber was definitiv nicht zu so einer klassischen alten Geisterbahn passt. Also wenn auch hier der Stil gut durchgesetzt ist und nicht irgendwie kunterbunt zusammengewürfelt ist, dann kann das trotzdem auch sehr, sehr gut wirken. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal als nächstes den Punkt Fahrt an. Die Fahrt startet immerhin eigentlich komplett im Dunkeln und es geht dann auch direkt gleich nach oben in die zweite Etage. Das hört man einfach auch am Klackern von diesen Zahnrädern, von diesen Einrasträdern. Und es gibt hier einige Effekte, die passend mit dem Geisterbahnwagen quasi dann beleuchtet werden, so per Lichtschrank halt ausgelöst werden. Und so tauchen dann hier auch schon vereinzelt so Effekte auch vor dem Wagen raus, die dann ein bisschen wegklappen und so. Ja, davon kommen dann auch in der ersten Etage oben noch einige tatsächlich, bis man letzten Endes dann nach außen auf dem Balkon fährt. Auf dem Balkon selbst passiert eigentlich gar nichts so weit. Man fährt halt einfach entlang, man kann da auch relativ schlecht rausgucken. Am zweiten Teil des Balkons kann man dann ein bisschen besser runtergucken. Dort ist halt alles ein bisschen beleuchtet, ne. Also moderne LED-Beleuchtung ist dann sogar doch schon vorhanden. Und ja, dann fährt man wieder ins Innere, wo es dann direkt weitergeht mit lauter anbeleuchteten Effekten, welche zum Teil auch plötzlich vor dem Wagen auftauchen tatsächlich. Und dann kommt eigentlich mein Highlight in der Bahn. Eine Schwarzlichtbrücke, also eine Brücke mit Schwarzlichtfarben angemalt, die beleuchtet ist und auch eine Figur oben. Und die Brücke, die klappt dann quasi so runter. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr cooler Effekt, wo ich jetzt in so einer alten Geisterbahn nicht mit gerechnet hätte. Und da in diesem Zuge fährt man auch wieder nach unten, wo noch einige beleuchtete Effekte auf einen warten. Gegen Ende hin gibt es dann sogar, sag ich mal, ein bisschen neuere Effekte, kann man schon fast sagen, welche dann tatsächlich sogar auch ein bisschen sich mehr bewegen und so. Also schon so langsam Richtung Animatronic, wobei hier dann doch auch schon noch spürbar ist, dass es halt einfach auch alte Figuren sind. Zu guter Letzt gibt es dann tatsächlich sogar auch bei mir jetzt noch einen sehr, sehr gut motivierten Mitarbeiter, der mir dann eine Maske ins Gesicht gehalten hat. Also echt richtig, richtig cool. Und so konnte, finde ich, dann schon auch das Gesamterlebnis abgerundet werden. Nach circa zweieinhalb Minuten ist dann die Fahrt zu Ende. Also von der Zeit her, sag ich mal jetzt, von der Fahrzeit an sich, zweieinhalb Minuten gibt es auch die ein oder andere Geisterbahn bei uns in Deutschland auf der Reise, die so eine Fahrzeit hat. Dementsprechend, also ich glaube nicht, dass das Schild noch aktuell ist. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Optisch ist die Bahn, finde ich, ja, recht schlicht gehalten, wie ich schon gesagt habe, aber aufgrund der Größe der Front dennoch sehr imposant. Man merkt, finde ich, sowohl von außen als auch von innen während der Fahrt, dass es sich hierbei um eine alte, klassische, traditionelle Geisterbahn handelt. Der Schwarzlicht-Effekt während der Fahrt ist echt top. Der Rest schön, aber nicht sonderlich gruselig in dem Sinne. Eine Geisterbahn, die einfach noch so ihren alten Flair und Charme behalten hat. Ich denke, das ist tatsächlich auch die, ja, Philosophie dahinter. Ansonsten hätte man mit Sicherheit auch schon renovieren können. Ich meine, das ist ein Betrieb, der sehr, sehr viele Attraktionen im Prater auch hat, wo auch viel gemacht wird, viel gewartet wird und, und, und. Entsprechend, wenn das gewollt gewesen wäre, hätte man hier mit Sicherheit auch schon einige Updates machen können. Ich denke, das ist aber tatsächlich einfach nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wer weiß auch, wie lang es die Bahn noch gibt. Vielleicht wird auch die ja irgendwann mal ersetzt durch eine neue Geisterbahn. Aber man weiß es nicht. Sie ist halt recht abseits gelegen im Prater, was ich natürlich ein Stück weit auch wieder ein bisschen schade finde. Ich glaube, so viele Leute kommen da tatsächlich gar nicht mehr hin auch. Ja, dann sind wir jetzt am Ende des Reviews angekommen. Ich hoffe, dass euch das Review zur großen Geisterbahn im Wiener Prater gefallen hat. Und ab jetzt geht es weiter hier mit Reviews auf diesem Kanal. Jeden Mittwoch gibt es ein neues Review für euch zu einer Attraktion, ein Fahrgeschäft aus einem Freizeitpark, von einer Kirmes. Und jeden Samstag natürlich ganz normal eine Folge Planet Coaster Review. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.